Guck mal, da ist eine Ausstellung. Guck, beim Harald Böhm ist eine Ausstellung. Das ist ein Künstler, der malt schöne Bilder. Ui, da fahren wir mit dem Fahrrad hin. Fährst du mit? Fährst du mit mit dem Fahrrad? Ja? Ja, ich freu es dich schon. Die Stadt ist empführt. Ja, die Stadt. Ein Tütchen, das gehört sich so. Das ist ein Tobi. Du musst draußen bleiben. An den Friedhof dürfen keine Wunde schon rein. Hier sind nämlich keine Grabsteine, sondern Stickel. Das ist doch ein hübsches Hochzeitspärchen. Martin und Alec. Nach drei Kilometer bis Brandau zum Atelier Harald Böhm. Unser Navigationssystem würde jetzt sagen, sie haben ihr Ziel erreicht. Na dann komm. Das ist ein Tobi. Das ist ein Tobi. Mit Anhänger. Da ist es ein Tobi. Da ist ein Tobi. Da ist es ein Tobi. Danke. Ja. Danke. Amen. 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 So sieht eine Malerschütze nach ein paar Jahren Gebrauch aus. Wow, das ist so schön. Ja, das ist so schön. Ja, das ist so schön. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020